Menschen gehen macht Mäuse schlau. Der Gleichgewichtssinn von Urreptilien und Artensterben. Mensch schlimmer als Meteor. Herzlich willkommen zu Meldungen aus der Forschung, dem Begleitkanal zu unserem Podcast Expedition Indie-Forschung. Gleichzeitig mit diesem Video kommt auch eine neue Podcast-Folge raus. Die könnt ihr euch auf dem entsprechenden YouTube-Kanal auch anschauen. Ich habe mit einem Nanobiotechnologen gesprochen, der implantierbare Gesundheitsmonitore entwickelt hat. Wirklich spannend. Solltet ihr auf jeden Fall mal reinhören. Wie gesagt, den Podcast findet ihr auf dem anderen YouTube-Kanal, aber auch auf allen Podcast-Apps und auf der Webseite www.expeditionindieforschung.de Bei mir ist mein Co-Moderator, der Herr Dr. Rehanath Bartgörten. Hi. Und ich bin der Herr Dr. Rehanath, Dennis Eckmeyer. Wir haben zusammen Bio studiert und zusammen promoviert. Das ist jetzt auch schon eine ganze Weile her. Ich bin inzwischen freier Wissenschaftskommunikator und der Bartforscht in Göttingen. Das stimmt. Und kein Mensch nennt uns Dr. Rehanath. Nee, das ist jetzt hier nur aus Spaß. Sag mal, was machst du eigentlich gerade, forschungsmäßig? Ich gucke mir gerade Cognitive Bias ist in Insekten an. Cognitive Bias ist in Insekten? Ja, das ist, wir gucken uns Illusionen des kognitiven Denkens an und schauen nach, ob Insekten unter den gleichen Illusionen leiden. Oh cool, also sowas wie optische Illusionen aber fürs Denken. Genau. Ja, wenn du was draus hast, dann mach mal eine Folge mit dir. Aha. Das wird viele Leute langweilen, fürchte ich. Aber wenn die Zahlen einmal, wenn die YouTube-Zahlen zu hoch sind oder wir nicht mehr genug Podcasts gleichzeitig rausbringen können, machen wir eine, damit das so ein bisschen abdinkt. Ich sehe das schon. Okay, kommen wir zu den Meldungen, oder? Ja. Die wählen wir danach aus, welche Kurznachrichten gutes Feedback bekommen. Das sind YouTube-Shorts hier auf dem Kanal, die Dennis aber auch auf Facebook, Twitter, Instagram und TikTok postet. Also lasst uns wissen, welche Meldungen ihr besonders spannend findet. Menschen gehen macht Mäuse schlau. Tiere lernen, können sozial sein und komplexe Organisationsformen aufbauen, können die Perspektive eines Artgenossen einnehmen, kommunizieren mit Sprache, erkennen sich selbst im Spiegel, machen und benutzen Werkzeuge, bauen Unterkünfte, erkunden ihre Umwelt, haben Traditionen und Aberglauben und scheinen auch in die Zukunft planen zu können. Also alles Sachen, von denen man denkt, ja, das machen doch eigentlich hauptsächlich Menschen. Aber der Mensch kann nicht nur all diese Dinge, sondern auch gleichzeitig und jeweils in viel größerem Ausmaß als die meisten Tiere und auch flexibler. Die nach unserem Maßstab schlausten Tiere erreichen dabei kaum die geistigen Fähigkeiten eines Kleinkinds. Deshalb ist das Gehirn auch ein zentrales Forschungsthema für Leute, die sich mit der menschlichen Existenz beschäftigen. Um zu sehen, was das menschliche Gehirn besonders menschlich macht, vergleicht man es mit dem von Vormenschen und von Menschenaffen. Dabei stellt sich heraus, dass es nicht nur irgendwie größer ist, sondern dass vor allem bestimmte Bereiche des Gehirns verstärkt ausgeprägt sind. Das ist vor allem der Neokortex. Der ist eigentlich einfach das Vorderhirn, das bei Menschen aber fast den gesamten Rest des Gehirns überwuchert. Sodass man, wenn man das menschliche Gehirn von außen betrachtet, eigentlich nur noch Kortex sieht und ein bisschen Kleinhirn. Welche Gene haben sich also in der Evolution verändert, dass dieses absurde Gehirn entstanden ist? Um diese Frage zu beantworten, sucht man zunächst Gene, die in Gehirnzellen aktiv sind und bei Menschen anders sind als bei ihren nächsten Verwandten. Solche Gene gibt es sehr viele. Herauszufinden, welche davon wichtig sind oder interessant, ist eine Lebensaufgabe. Dazu muss man auch wissen, was die Gene machen. Also verändert man sie und schaut, was passiert. Das kann man natürlich nicht an Menschen machen und auch bei Affen ist das nicht so einfach. Deshalb macht man das an Mäusen. Die haben oft die gleichen Gene, aber mit ein paar kleinen Abweichungen. Man kann sich das so vorstellen, wie wenn ein Wort in einer nahverwandten Sprache etwas anders geschrieben und ausgesprochen wird, aber trotzdem noch erkennbar das gleiche Wort ist und eine fast identische Bedeutung hat. Aber eben nicht ganz. ForscherInnen um Wieland Hutner am Max-Planck-Institut für molekulare Zellbiologie und Genetik veränderten nun also die Maus-Version eines sorgfältig ausgewählten Gens in die Menschen-Version. Und tatsächlich entwickelten die so veränderten Mäuse einen vergrößerten Neokortex. Die Tiere waren außerdem anpassungsfähiger und weniger ängstlich. Die Vermutung liegt also nahe, dass das Gen sehr wichtig für die Evolution des Menschen gewesen sein könnte und damit natürlich auch heute von großer Bedeutung für das Menschsein. Aber es gibt natürlich jede Menge kognitive Leistungen, in denen einzelne Tiere uns überlegen sind. Zum Beispiel Schimpansen können in Mustererkennungstests viel schneller das Muster finden als wir. Ja, das habe ich auch gesehen. Das ist total krass. Also für die Leute, die das nicht kennen, bei den Schimpansen macht man so einen Test. Da haben die so einen Touchscreen und dann blinken ganz kurz Zahlen auf von 1 bis 10. Und die müssen sich dann merken und dann die richtigen Stellen auf dem Touchscreen in der richtigen Reihenfolge anklicken. Und das können die unglaublich schnell. Also da hat man keinen Menschen gefunden, der das hinkriegt. Der Gleichgewichtssinn von Urzatratilien Die Gruppe der Archosaurier umfasst den gemeinsamen Vorfahren von Krokodilen und Vögeln und all seinen Nachkommen, also auch anderen Dinosauriern und Flugsauriern zum Beispiel. Wie ihr euch vorstellen könnt, kommen da unglaublich viele einzelne Arten zusammen, die sich zu Land, zu Wasser und in der Luft bewegen. Weil die meisten dieser Tiere seit langer Zeit ausgestorben sind und Forschende meistens nur unvollständige fossile Skelette von ihnen kennen, ist es schwierig herauszufinden, wie genau diese Tiere gelebt haben. Paläontologen und Paläontologinnen, und du hast gesagt, ich könnte das nicht aussprechen, suchen deshalb nach Möglichkeiten, viele Informationen aus wenigen Indizien zu gewinnen. Zum Beispiel, indem sie von der Länge und Dicke eines einzelnen Oberschenkelknochens auf die Gesamtgröße eines Tieres schließen. Ein anderes solches Indiz könnte der Gleichgewichtssinn sein. Der besteht aus drei knöchernen Bögengängen im Innenohr. In diesen Bogengängen befindet sich eine Flüssigkeit, bewegt sich der Kopf des Tieres, folgt die Flüssigkeit wegen der Trägheit erst mit Verzögerung. Die so entstehende Relativbewegung wird von Tasthaaren aufgenommen. So nehmen die Tiere Beschleunigungen wahr. Diese Information dient unter anderem der Bildstabilisierung im Sehsinn. Die drei Bögengänge liegen bei unterschiedlichen Arten in unterschiedlichen Winkeln zueinander und kommen in verschiedenen Größen und Formen vor. Die Vermutung liegt nahe, dass die Gestaltung der Bogengänge direkt mit den üblichen Kopfbewegungen des Tieres und damit mit seinem Verhalten zusammenhängen. Entsprechend werden sie manchmal für Spekulationen über Aussehen und Verhalten von ausgestaunten Tieren herangezogen. Ein internationales Forschungsteam untersuchte nun die Gestalt des Innenohrs in bis zu 250 Millionen Jahren alten Fossilien von Archosauriern und verglich sie mit den Messungen in lebenden Archosauriern, in diesem Fall Krokodile und Vögel. Ein internationales Forschungsteam unter Beteiligung des Naturkundemuseums Stuttgarts untersuchte nun die Gestalt des Innenohrs in bis zu 250 Millionen Jahren alten Fossilien von Archosauriern und verglich sie mit Messungen in lebenden Archosauriern, also Krokodilen und Vögeln. Sie verwendete dafür Computertomographen, was eine besondere Detailgenauigkeit der Messung erlaubt. Überraschenderweise gab es keinen systematischen Zusammenhang zwischen Lebensweise und der Gestalt der Bogengänge. Vögel haben zum Beispiel vergleichbar große Bogengänge, Flugsaurier jedoch vergleichbar kleine. Damit wären einige Spekulationen über Archosaurier in der paläontologischen Literatur wohl substanzlos geworden. Gleichzeitig machten sie aber auch positive Entdeckungen. So seien Unterschiede zwischen der Anatomie der Bogengänge zwischen Krokodilen und Vögeln bereits in Fossilien von vor 240 Millionen Jahren sichtbar. Also kurz nach der Spaltung der beiden evolutionären Linien und bevor man überhaupt schon von so etwas wie Krokodilen, geschweige denn Vögeln, sprechen konnte. Überhaupt sei die Vielfalt der Formen an diesem Punkt der Evolution überraschend groß. Außerdem fanden sie eine neue Hypothese für die unterschiedlichen Ausprägungen der Bogengänge. Sie könnten mit einem besseren Sehsinn einhergehen. So hätten Archosaurier mit besonders großen Augenhöhlen auch größere Bogengänge. Das war eine Arbeit von einem erstaunlich großen Team. Dennis, hast du mitgekriegt, wer da alles mitgemacht hat? Ja, und zwar waren an dieser Studie jede Menge Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen beteiligt. Und zwar von der Universität Sao Paulo in Brasilien, der Oxford University, der University of Witwatersrand in Südafrika und weiteren Instituten und Universitäten in Brasilien, Argentinien, in Großbritannien, der Schweiz, Deutschland und in den USA. Ja, es ist eher selten, dass wir in der Biologie so große Kollaborationen finden, aber diese scheint mir besonders wichtig zu sein, weil sie neben einer neuen spannenden Hypothese über die Bogengänge und den Sehsinn auch eine der wenigen Beispiele dafür ist, dass mal Theorien verworfen werden. Ja, stimmt. Also meistens werden Veröffentlichungen gemacht, wenn man irgendwie was Positives zu berichten hat. Dass man eine Hypothese verwirft, wird oft gar nicht publiziert. Was natürlich schlecht ist, weil viele auf der Basis jetzt zum Beispiel so einer Hypothese oft spekulieren in ihren eigenen Veröffentlichungen und dann verbreiten sich so Ideen und die werden irgendwann als wahr angenommen, obwohl die nie jemanden überprüft hat. Deshalb ist es total wichtig, dass man halt solche Überprüfungen macht, wie die das hier gemacht haben. Offensichtlich mit einem riesigen Aufwand. Ich meine, so CTs sind jetzt nicht gerade billig und die müssen ja unglaublich viele Proben gehabt haben. Das waren ja ziemlich viele... Also es ist ja zu einem eine sehr große Gruppe an Tieren und dann haben sie ziemlich alles gemessen, was sie finden konnten. Vom Fossil bis zu lebenden Tieren. Kann es sein, dass diese Meldung dir besonders viel Spaß gemacht hat, weil das über Vögel geht und Seen und Hören und Kopfbewegungen? Ach, überhaupt nicht. Wie kommst du denn auf sowas? Ah, ja, ja. Willst du damit etwa sagen, dass ich ein Fable für Dinosaurier, Vögel und Seesysteme habe? Wenn ihr dem Dennis einen Gefallen tun wollt, dann stimmt ganz viel für diese Story. Aber die möchte er gerne verfolgen. Ja, warum nicht? Nein, ich finde die alle sehr gut und wichtig. Ich habe die auch alle ausgesucht. Das stimmt natürlich. Was ist denn die dritte Nachricht? Artensterben. Menschen schlimmer als Meteorit. Wenn wir von Dinosauriern reden, denken wir natürlich auch immer an ihr elendes Ende. Als eines Tages ein Meteor in die Halbinsel Yucatan im heutigen Mexiko einschlug. Die ganzen Effekte, die dieser Einschlag hatte, können wir hier jetzt gar nicht besprechen. Aber die Oberfläche der Erde muss für einige Jahrtausende die Hölle gewesen sein. Extrem lebensfeindlich für die meisten Tiere und Pflanzen. Man schätzt, dass rund drei Viertel der Arten zu dieser Zeit ausgestorben sind. Und auch danach blieb die Aussterberate für weitere 5 Millionen Jahre lang hoch. Und es dauerte insgesamt 12 Millionen Jahre, bis sich die Artenvielfalt davon wieder erholte, also einen Punkt erreichte, an dem gleich viele Arten entstanden wie ausstarben. Das ermittelte zumindest ein Team der Uni Gießen. Sie trugen Daten über das Aussterben und Neuentstehen von Süßwasserschnecken über die letzten 200 Millionen Jahre zusammen. Die Sammlung umfasst 3400 ausgestorbene und lebende Schneckenarten. So haben sie einen Überblick über die Entwicklung der Artenvielfalt in Süßgewässern von der frühen Ära der Dinosaurier bis heute. Die heutige Zeit nennen einige Forscher das Anthropozän, eine Zeit, in der die Erdoberfläche vornehmlich von menschlichen Aktivitäten verändert wird. Denn es gibt praktisch keinen Punkt der Erde, der nicht von Menschen direkt oder indirekt beeinflusst wird. Vom Tourismus auf dem Mount Everest bis zu Plastikmüll im Mariannengraben. Durch diese Zerstörung von Lebensräumen, Klimawandel, Ausbeutung von Ressourcen, Umweltverschmutzung und Transport von invasiven Arten bedrohen wir die Ökosysteme weltweit. Das führt zu einem menschengemachten Artensterben. Man spricht sogar vom sechsten großen Massensterben der Erdgeschichte. Die gesammelten Daten erlaubten den Forschenden der Uni Gießen, das heutige Artensterben mit dem letzten zu vergleichen. Demnach sei die damalige Aussterberate höher als bisher vermutet, doch die heute beobachtete und zu erwartende Aussterberate läge rund 1000 Mal so hoch wie damals. Sie erwarten, dass in den nächsten 100 Jahren ein Drittel der Süßwasserschnecken verschwunden sein wird. Und es ist anzunehmen, dass es anderen Süßwasserarten ähnlicher gehen wird. Außerdem gehen sie davon aus, dass wie nach dem Meteoriteneinschlag die Aussterberate noch einige Millionen Jahre hoch bleiben wird, selbst wenn wir jetzt sofort die Notbremse ziehen. Schließlich schätzen sie, dass es auch viel länger dauern wird, bis sich die Artenvielfalt von diesem Schlag erholt. Also länger als 12 Millionen Jahre. Ganz viele Leute fragen immer in diesen Situationen, Süßwasserschnecken, wie wichtig sind die so? Brauchen wir davon alle oder können wir auf ein, zwei verzichten für einen neuen SUV? Ja, das ist natürlich immer so die Frage, die man dann hat. Aber grundsätzlich ist natürlich jede Art wichtig für das Ökosystem, in dem sie lebt. Also die Schnecke wird wahrscheinlich spezielle Pflanzen fressen, die dann sich nicht zu sehr ausbreiten oder die werden umgekehrt dann von irgendwelchen Fischen und Vögeln oder so gefressen, dienen also als Nahrungsquelle. Aber man kann ja auch davon ausgehen, dass wenn eine Art betroffen ist, das ganze Ökosystem irgendwie mit betroffen ist, wenn jetzt diese Süßwasserschnecken aussterben, ist das wahrscheinlich ein Indikator dafür, also ist das ein Zeichen dafür, dass auch andere Süßwasserarten mit betroffen sind und aussterben werden. Diese Süßwasserökosysteme sind extrem wichtig für uns und ich glaube, die Süßwasserschnecken, die gelten einfach als so eine Art Anzeige oder Sensor für die Qualität des Wassers und des Ökosystems. Der zweite Fehler, den viele Leute in dieser Diskussion machen, ist sozusagen zu behaupten, das Kind ist jetzt in den Brunnen gefallen und man kann nichts mehr tun. Und viele dieser Studien legen diesen Schritt nahe, obwohl sie das nie sagen, nämlich es wird noch über 100 Millionen Jahre viel Artensterben geben. Das ist überhaupt gar nicht gesagt, weil es niemals in der Geschichte der Erde eine Spezies gab, die das aktiv verhindern könnte. Wir können das aber aktiv verhindern. Wir können Tiere, wir können neue Ökosysteme schaffen, bestimmte Schutzräume schaffen und damit dem entgegenwirken. Also die Nachricht, die ihr aus einer oder die Message, die ihr aus einer solchen Nachricht ziehen solltet, wäre nicht, Südwasserschnecken sind nicht wichtig und wir können eh nichts mehr tun, weil das schon alles vorbei ist, sondern jetzt aktiv werden und helfen, bestimmte Lebensräume zu erhalten, wird eine solche Katastrophe abwenden können. Ja, absolut. Ich meine, man muss ja auch immer daran denken, ja, okay, selbst wenn es so ist, der Effekt dauert jetzt 12 Millionen Jahre, aber man kann ja versuchen, diesen Effekt klein zu halten. Und man kann ihm aktiv entgegenwirken, sodass er nicht 12 Millionen Jahre andauern wird. Richtig, genau. Also das ist schon, man kann auf jeden Fall immer was tun, auch beim Klimawandel, man kann immer was tun, es ist nie zu spät, weil es ist immer so, dass man, wenn man nichts tut, wird es halt noch schlimmer. Das ist immer so die, ja, das ist halt immer so die Lehre, man kann jetzt nicht von heute auf morgen alles wieder Hittitei und schön machen, aber man kann immer dagegen arbeiten, dass es noch schlimmer wird, als es bisher aussieht. Das stimmt. Das waren unsere drei Meldungen für dieses Mal. Welche war die spannendste? Menschen gehen macht Mäuse schlau? Der Gleichgewichtssinn von Urreptilien? Oder Arten sterben Menschen schlimmer als ein Meteor? Schreibt uns die Antwort in die Kommentare. Tschö. Ciao. Achso, und hier geht es dann noch zum Podcast. Viel Spaß. Und stimmt für die Vögel. Videor. Bis zum nächsten Mal. korkt. geez. Vielen Dank.